Hallo zusammen, ihr wollt noch einfacher kühle Nuancen kreieren und warme Nebenreflexe besser kontrollieren? Dann hat Inebrea zwei Oxidanten für euch, die zusätzlich mit violetten Pigmenten angereichert sind. An meinem Modell Jackie werde ich mit den violetten Oxidanten arbeiten. Ihr Wunsch ist ein kühles, zartes Rosé. Als erstes helle ich dafür ihre Ansätze auf. Dazu verwende ich die Blondierung von Inebrea, Miracle Gentle Lightener und den violetten Oxidant. Im Anschluss veredle ich die aufgehellten Haare für den gewünschten Rosé-Effekt. Hierzu verwende ich die Inebrea Demi Color und den violetten Oxidanten. Es gibt die Oxidanten in zwei verschiedenen Stärken. 1,5% für Farbeinlagerung, zum Beispiel für Ton- und Tonkoloration, Glossing und Notierung. Vorteile? Kontrolliert warme Reflexe und verstärkt zusätzliche Neutralisation. 7,5% für alle auffällenden Anwendungen, zum Beispiel globale Koloration, Strähntechniken. Hier sind die Vorteile auch Kontrolle von warmen Reflexe und eine gleichmäßige, klarere Auffällung. Zudem bieten euch die Oxidanten eine tolle Konsistenz der Farbmischung und lang anhaltende, kühle Nuancen. . . Bis zum nächsten Mal.